120% geben zu können, sind einfach alles. Aber ich kann dabei nur für mich sprechen und was mich antreibt. Ich bin mir ziemlich sicher, das trifft nicht auf jeden zu. Du hast gesagt, das sei nur ein Club für dich und aus... Aber ich kann dabei nur für mich sprechen und was mich antreibt. Ich bin mir ziemlich sicher, das trifft nicht auf jeden zu. Du hast gesagt, das sei nur ein Club für dich und aus deiner Sicht mag das vielleicht auch stimmen. Ich sehe es eben ganz anders. Wenn du irgendwann doch so einen Augenblick erleben solltest, dann wird das der Augenblick sein, in dem du Volleyball lieben lernst. Okay, gleich die Ausführungen.